Interessant. Ich bin ja, ich habe gehört, in meinem Kopf stellt, bildet sich so eine Frage, das ist wahrscheinlich so ein europatischer Ansatz, sich da ursächlich mit zu beschäftigen. Ich habe mich gerade gefragt, warum wir denn so bereitwillig, am Schluss ist die Antwort wahrscheinlich individuell, aber warum wir so bereitwillig automatisch in das andere hineingehen, in die Haltung des Versagens? Ich glaube, weil wir es gar nicht anders, also weil wir es, das Problem ist, weil wir das nicht, also weil wir es so erleben, also aus meiner Sicht, weil es uns so vorgelebt wird. Also stell dir vor, also man kann das ja heutzutage auch messen, ich weiß nicht, wie ich das messen, aber die können messen die Anzahl der Hirnverschaltungen und Synapsen in so einem Menschen, bevor er überhaupt geboren wird, wenn er dann geboren wird und danach dann auch. Und die höchste Verschaltung im Hirn ist vor der Geburt. Ein paar Wochen vor der Geburt hast du sozusagen das Megahirn, so für alles vorbereitet. Dann schrumpeln da wieder ein paar Synapsen weg durch den Geburtsprozess und dann kommst du da an und dann passt du dich dann an, brauchst auch ganz vieles nicht. Und dann wächst es wieder exponentiell, ist ja heute gerade in der Zeit ein großes Wort, exponentiell das Gehirn wieder, ungefähr das erste Jahr massiv und dann wird es langsamer und dann so zwischen drei und sechs Jahren hört es dann wieder auf. Und dann sieht man nur noch, dass es so konstant einigermaßen konstant bleibt und dann immer langsam, langsam immer weniger wird. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Menschheit sich entschließt, uns jetzt was beizubringen, ist es vorbei mit dem, mit dem, dass es von sich aus alleine sich entwickeln darf, weil es da dann eben andere gibt, die sagen, ich finde es schon gut, dass du dich da so entwickelst, aber ich will da ein Wörtchen mitreden. Und dann kann ich nicht mehr so, wie ich eigentlich irgendwie möchte oder wie es automatisch wäre. Ich sage das in meinem Unterricht auch immer als Scherz, wenn wir uns entscheiden würden, dass man uns beibringt, dass wir gut laufen lernen, dann könnten wir das mit 20 noch nicht richtig. So. Weil, weil die Motivation sozusagen, dass wir was lernen aus der gesellschaftlichen Sicht oder Elternsicht oder wie auch immer Lehrer-Sicht oft immer darin liegt, dass man uns klar machen muss, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und wir erstmal diesen Fehler sozusagen zugeben müssen oder sehen müssen und dann daraus können wir jetzt dann irgendwie was, wie soll ich sagen, irgendwie was lernen. Und was aber nicht, also wie soll ich sagen, was, was übersehen wird, ist, dass es, dass ich brauche dich nicht, damit ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Niemand muss mich darauf hinweisen. Das weiß ich ganz automatisch. Und dadurch, dass mir der Fehler passiert ist, weiß ich schon im nächsten Moment, was ich jetzt eigentlich stattdessen hätte machen wollen oder soll. Und wenn du mich jetzt darauf hinweist, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dann, dann muss ich energetisch gesehen wieder zurück. Das heißt, ich, mein Energiesystem ist schon unterwegs in die andere Richtung und wird von dir jetzt aber wieder zurückgeholt. Sagst, nee, du darfst jetzt noch nicht hin, du musst jetzt halt irgendwie noch stehen bleiben und irgendwie lernen, büßen, wie auch immer, irgendwie so Strafe bekommen und so weiter. Ja. Und, und dadurch wird mir sozusagen verdeutlicht, dass ich nicht, also dass ich nicht einfach so gehen kann, wie ich möchte. Und, also das ist das eine, dass die anderen sich einmischen und glauben, dass sie uns was beibringen müssen. Und dann kommt, finde ich, was mit hinzu, was, ich erkläre es mal, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist so, dass ein Kind erlebt sich ja, also wenn wir auf die Welt kommen, erleben wir uns ja sehr, sehr viel mehr darüber, wie wir sind. Also unsere Seinsebene, unser inneres Erleben steht ganz stark im Vordergrund. Ja. Und das Machen, also dass ich dann merke, dass ich motorisch mit meinem Körper irgendwie was anstellen kann, hat primär ein, ein Zweck, also Lust, die Lust damit. Ja. Also das auszuprobieren, rauszufinden, wie, wie fasse ich das an, wie kann ich das halten, wie schmeckt es und so weiter. Es ist alles nur Freude getrieben. Ja. Auch wenn dann jetzt das Glas dann woanders steht. Ich stelle es da nicht hin, weil es da hin muss, sondern weil, weil ich das ausprobieren möchte. Wenn jetzt dann aber, und das ist eben die Schwierigkeit, dass die Eltern eben halt diesen Blick nicht mehr haben. Das heißt, die sehen nur, dass da jetzt das Glas von da nach da transportiert wird oder so. Und wenn jetzt ein Kind eben einfach ein Bild malt, das hat so, mein Lieblingsbeispiel, dann malt es das ja aus einer Sehnsucht heraus oder aus einer Liebe zu den Eltern, zur Mama oder was weiß ich auch immer so. Das ist ja sozusagen, das Bild ist nur eine Botschaft dafür, ich habe dich ganz doll lieb hier, das ist mein Bild, bitte. Und die Mama guckt dann meistens eben auf das Bild und sieht das Machende an dem Bild. Und sagt halt nicht, ich habe dich auch ganz doll lieb. Sondern die sagt eben, oh, das hast du schön gemalt oder wie hübsch. Und damit verletzt es das Kind. Weil das Kind sagt, ich habe dich, das ist wie wenn ich zu meiner Frau sage, guck mal hier mein Gedicht, ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Und dann sagt die, das ist nicht schlecht formuliert. Dann, verstehst du, dann fühle ich mich eben nicht gesehen. Ich fühle mich verletzt. Und das passiert auf der Ebene ganz oft. Und was wir dann anfangen, ist, dass wir dann eben uns anpassen. Das heißt, wir sagen, okay, das, wer ich bin und das, was in mir passiert, das ist scheinbar nicht so wichtig. Das seht ihr nicht. Ihr seht nur das, was ich eben mache. Und damit ich eben eine Reaktion bei euch bekomme, die angemessen ist, muss ich jetzt eben rausfinden, was findet ihr gut, was ich machen soll. Und dann mache ich das so, dass ihr das gut findet. Und wenn ich aber nichts mache, bin ich nicht existent. Das heißt, ich erlebe mich nur noch, also dann als für euch anwesend, wenn ich was tue, was ihr gut findet. Und damit existiere ich nicht mehr, wenn ich nichts mache. Das heißt, die Liebe, die ich von euch bekomme, bekomme ich nicht mehr wie anfänglich bedingungslos, einfach so, sondern ich bekomme die nur noch, wenn ich eben Dinge mache, die in euren Wertekontext irgendwie gehören. Und daher kommt diese Haltung. Das heißt, wenn ich nichts mache, dann seht ihr mich nicht. Genau. Dann kriege ich nichts. Also muss ich was machen, damit ich von euch Liebe bekomme. Und das ist die Haltung des Scheiterns. Ich mache es nicht, also ich mache es, damit ich Liebe bekomme, weil ich es sonst glaube, nicht zu bekommen. So ist meine Erklärung. Und scheitbar, das ist ja das, was mir auch immer auffällt am Gehirn, dass es dann auch brav mitspielt. Ja. Also es bestätigt ja auch die Haltung dann im Außen ständig, weil ich dann wahrnehme, oh, ich habe eine Arzneimittel gegeben, es wirkt nicht, ich habe also offensichtlich einen Fehler gemacht. Und jetzt muss ich den korrigieren und so springe ich immer wieder zurück. Also das Gehirn spielt auch wie mit und dann habe ich mein eigenes Empfinden, was das bestätigt. Absolut. Und das ist eben halt die Schwierigkeit aus meiner Sicht im Anamnese-Prozess, dass wenn du dann eben da, sagen wir mal, dann gestresster wirst, dann nimmst du nicht mehr gut wahr. Das heißt, dann funktionieren deine Spiegelrononen nicht mehr richtig gut. Du nimmst nicht mehr richtig wahr, was beim Patienten abgeht. Und dadurch kannst du Dinge nicht mehr richtig beurteilen. Und dann stellst du nicht mehr die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Du hörst die Antworten nicht mehr so richtig. Irgendwas schiebt sich da dann dazwischen. Und dann ist es vorbei mit einer guten Anamnese. Ja, genau. Korrekt. Das ist das genau. Untertitelung des ZDF, 2020